Fuck, Alter! Danke, ich hätte nichts mehr gewusst. Fuck, ich dumm Kopf, Alter. Scheiße, es war zu schnell, Alter. Kommt auf 2.16. Oh, es ist peinlich. Ich dachte, aber nur Begegnungen hätte zu sagen. Ich bin psychologisch wichtig. Wir beginnen morgen relativ einfach mit den Teams aus der Bundesliga in der aktuellen Saison. Bayern München. Dortmund. Leipzig. Leverkusen. Gladbach. Wolfsburg. Schalke. Werder Bremen. Freiburg. Hertha BSC Berlin. Mainz. Augsburg. Paderborn. Union Berlin. Düsseldorf. Köln. Ach, da waren doch schon alle. Gibt es noch zwei Stück. Frankfurt. Boah, ganz richtig, ganz richtig. Die letzte, weil ich gleich klobe. Hoffenheim. Tschüüüüüüüüüüüüüüüü单ig. Ganz richtig. Stark, alle. Fange ich jetzt an? Bayern. Dortmund. VfB Stuttgart. Schalke. 1. FC Nürnberg. Bremen. Oh, mein Gott sei Dank. Klappe. Keine Slauter. Ich muss auf Hamburg aber. Keine Slauter. Geil. Geraten. Köln vielleicht. Der Hertha hat auch schon gewonnen, oder? Nie. Der haben die noch nie gewonnen. Was wäre noch gewesen? So alte Verein, irgendwas? Einiges. Sogar für österreichische Vereine. Ja, okay. Warte mal kurz. Ja, okay. Dann komm ich auch nicht da. Herr der Scheiß. Ganz alleine. Dass deine Hertha nicht rein rein ist natürlich. Simpel. Also das Ergebnis oder das Ja, aber nicht beides. Genau. Aber halt die Partie, die stark gefunden hat. Also nur die Partie eigentlich. Genau. Weltmeisterschaft. Oha. Beide Mannschaften. Boah. Da bin ich ja raus. Du fängst an. Gut. 2016. Deutschland, Argentinien. 1-0. 1-2-1. Scheiße. Fuck, Alter. Danke. Ich hätte nichts mehr gewusst. Du fängst doch im Kopf, Alter. Geil, danke. Scheiße, das war zu schnell an. 60. 2016. Boah, es ist fein. Ich dachte aber nur Begegnungen jetzt. Wann? Dieses Jahr. Alle, die auf eurem offiziellen Mannschaftsfotodruck waren. Also mit Spielern. Alle. Auch mit Spielern. Fange ich an, ne? Ja. Michael, Bernd. Jürgen Duginger. Zum Mitspieler, alles drum und dran. Vor- und Nachnamen. Aikud. agi! Jürgen Dugger. Juti. Luca Plattnacht. Pat Pelphineid. David Saalfield. Patrick Dulek. Edel Daniel Di Crigolo Kevis Loris Weiss Christian Delch Yannick Sommer Kevin Mech Karl Maurice Neubauer Serkan Getscher Tim Stegerer Iob Davish Jan Eichmann Stefano Meier Damian Macheta Norwich Springfield Komm spät oder? Scheiße Oli Müller Thomas Steinherr Michael Müller Christopher Theissen Stefan Bosle Warte auf Knie Stevie war noch drauf oder? Altei 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 Wunderbar Michael Müller Altei Halt Altei Halt